Herzlich Willkommen zu einem neuen Video mit Broker FinBucks und meinem großen Konto. Ich handle 60 Sekunden bis 2 Minuten, mein Start-Trade beträgt hier 2.000 Euro. Als nächstes suche ich mir einen passenden Trade, Metatrader 5 nach meinen Einstiegskriterien. Australisch Dollar, Japanisch Yen, sieht ganz gut aus. Hier steige ich ein, gleich nochmal, ich mache wie immer zwischen 2 und 5 Trades. Klatschenschläge Vielen Dank. Beide Trades sind aktuell deutlich im Gewinn. Noch 10 Sekunden. Perfekt. Beide Trades gewonnen. Du interessierst dich für meine Strategie und möchtest diese erlernen. Dann bewirb dich für mein Privat-Einzel-Coaching. Road to 10k pro Monat. Aber Achtung, wir nehmen dich jeden, da wir ausschließlich Erfolgsgeschichten schreiben wollen. Darüber hinaus solltest du bereit sein, Zeit und Geld zu investieren und über das richtige Mindset verfügen. Schöne Pfingsten. Bis zum nächsten Mal. Adios. Bis zum nächsten Mal.